Ja hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem weiteren Competitive Deckcheck am Freitag. Wir schauen uns heute einen alten Bekannten an, und zwar BW Tokens. Sehr cooler Decktyp, spiele ich persönlich sehr gerne. Und hier haben wir auf jeden Fall einen Standarddeck, mit dem man auch super in die Turnierszene starten kann. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal zusammen an. Viel Spaß mit diesem Deckcheck. An der Deckliste sehen wir sofort, dass das ein ganz typisches Token-Deck ist. Wir haben ganz, ganz, ganz wenig Kreaturen in unserem Deck, sehr viele andere Zaubersprüche, die zum größten Teil eben Kreaturen-Spielsteine erschaffen. Und das Ganze natürlich dann mit Ländern aufgefüllt, ohne die geht ja gar nichts. Und ich habe eben gesagt, das Deck eignet sich durchaus als Einstieg in die Turnierszene. Man hat ein wirklich sehr starkes Deck, also das Power-Level ist nicht zu unterschätzen. Wirklich gutes Deck, und das Budget liegt im Moment bei ca. 87 Euro. Ich habe es bei MKM eben nochmal nachgeschaut, inklusive Porto mit dem Sideboard, welches da mit dabei ist. Jetzt sind wir bei knapp 100 Euro, das ist für ein Competitive-Turnier-Deck definitiv noch im Rahmen. Man kann das Ganze eventuell noch ein bisschen abwandeln fürs Casual. Aber jetzt würde ich sagen, starten wir einfach mal mit dem Main-Deck und schauen uns die ersten Karten an. Starten wir mit den wichtigsten Karten, die dieses Deck überhaupt gut im Standard spielbar machen. Anointer Priest viermal und viermal Anointer Procession. Sehr gute Karten der Priest als erstes, zweimal eine 1-3. Immer wenn ein Token bei uns ins Spiel kommt, kriegen wir ein Lebenspunkte mit Einbalsamieren. Also wir können ihn auch nochmal aus dem Friedhof wirken. Ist eine sehr gute Karte, um eben gegen schnelle Match-Ups zu bestehen. Das Late-Game ist gar nicht so problematisch für uns. Wir haben sehr viel Kartenvorteil in unserem Deck, beziehungsweise einfach Karten, die viel Vorteil einfach generieren. Und je länger das Spiel dauert, desto besser ist das eigentlich für uns. Wir wollen einfach noch eine Sicherheit haben für die schnellen Match-Ups. Immer mal wieder sieht man noch die monoroten Decks. Und mit dem Anointer Priest hat man da einfach einen super Puffer. Er kann gut blocken und macht uns immer mehr Leben. Und so können wir halt auch sehr gut gegen die schnellen Agro-Decks bestehen. Ja, die Procession ist einfach unser Late-Game-Plan. Ich habe gesagt, je länger das Spiel dauert, desto besser. Die Procession ist da sehr gut, denn sie verdoppelt effektiv unsere Tokens. Wir kriegen immer doppelt so viele Token ins Spiel. Ist eine sehr starke Karte und einfach sehr wichtig für den gesamten Deck-Typ. Und diese beiden Karten müssen wir jetzt auch im Hinterkopf behalten. Die sind einfach sehr wichtig für unser Deck. Dann brauchen wir natürlich einen ganzen Haufen Token-Karten. Hier schon öfters jetzt gesehen, Legion's Landing im Ein-Mana-Bereich. Diesmal auch das volle Paket. Obwohl es ein legendäres Enchantment ist, ist eine so gute Karte für unser Token-Deck, dass wir sie eigentlich immer Turn 1 direkt legen wollen. Ein Mana, es gibt einen 1-1er Lifeling-Vampir. Und wenn wir drei oder mehr Kreaturen angegriffen haben, dann transformiert das Ganze. Ist natürlich sehr einfach umzusetzen in so einem Token-Deck. Die Rückseite Adanto, The First Fort. Tappt nochmal für Mana, rampt uns also auch noch ein bisschen. Und gibt uns auch einen sehr guten Late-Game-Plan. Denn wir können all unser Mana immer, was wir irgendwie überhaben, effektiv nutzen. Und dann dementsprechend immer noch einen Vampir-Token machen. Ist auf jeden Fall cool. Wenn wir das Ding geflippt haben, dann können wir auch ein zweites Enchantment nachlegen. Oder eben durch die Legend-Rule dann den einen oder anderen Trick auch machen. Ist auf jeden Fall eine sehr starke Karte. Und weil sie im Late-Game so gut ist, würde ich sie auf jeden Fall auch viermal spielen. Ja dann, Two-Drop, nichts Besonderes. Servo-Exhibition, zwei Mana. Es gibt zwei Servo-Tokens. Muss ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Relative Standard-Token-Karte. Im 3-Mana-Bereich haben wir dann noch Start-Finish. Das Ganze dreimal. Wirklich eine meiner favorisierten Amon-Cat-Uncomments. Superstarke Karte. Einmal Start quasi als erstes. Gibt es zwei weiße 1-1er-Warrior-Tokens mit Wachsamkeit. Das ist in Ordnung, da das Ganze auf einem Instant ist. Echt ein netter Trick. Kann man gut spielen. Aber die Karte wird erst richtig gut durchfinished. Die zweite Seite können wir dann nochmal aus dem Friedhof wirken. Wir müssen ja zusätzliche Kosten eine Kreatur opfern. Und können dann irgendeine Kreatur zerstören. Ja, superstarke Karte. Quasi die Hälfte der Startseite oben. Opfern wir dann weg für ein ganzes Removal. Das ist echt gut. Ein Token gegen eine starke gegnerische Kreatur tauschen. Was will man mehr in einem Token-Deck? Super, super stark. Dann ganz wichtige Karte noch. Hidden Stockpile. Sie ist für unser Late-Game zusammen mit der Anointed Procession. Super stark. Zwei Mana, Enchantment mit Revolt. Im Endstep, wenn bei uns ein Permanent das Spielfeld verlassen hat, gibt es ein 1-1er-Servo-Token. Und für ein Mana dürfen wir eine Kreatur opfern und Hellsicht 1 anwenden. Das ist natürlich super gut. Wir können jede Runde mindestens einen Token machen, indem wir einen Token opfern, unser Deck manipulieren. Und für jede Procession kriegen wir natürlich noch einen zusätzlichen Token. Also wir können das dann immer wieder triggern. Jede Runde, wenn wir mehrere Stockpiles im Spiel haben, können wir auch jeden Stockpile aktivieren und uns dann jede Runde super viele Tokens machen. Ist halt super stark für das Late-Game. Und mit dem Priest zusammen kriegt man auch noch super viele Lebenspunkte. Super starke Ankammen. Hier muss auch definitiv viermal im Token-Deck gespielt werden. Im Vier-Manne-Bereich finden wir unser All-Zweck-Removal. Auch ein sehr interessanter Split, wie ich finde. Zwei Cast-Outs und zwei Exilans Binding. Machen beide etwas ähnliches, denn sie exilen mehr oder weniger alle ein Nicht-Land-Permanent. Exilans Binding hat natürlich noch den Vorteil, dass die Karte, die wir exiled haben, nicht nochmal gespielt werden kann vom Gegner. Also hindert den Gegner noch weitere Kopien derselben Karte zu spielen. Sehr guter Effekt. Cast-Out wiederum hat Flash. Wir können es wie ein Spontanzauber spielen. Hat natürlich auch einige Vorteile und zusätzlich natürlich noch die Cyclingfähigkeit. Heißt, wenn wir am Anfang der Züge zum Beispiel nicht genug Länder haben, dann können wir das Cast auch durchcyclen, um eben die richtigen Karten zu finden. Beide Karten haben Vorteile. Man könnte vielleicht auch den 1-3-Split spielen oder den 3-1-Split. Da kann jeder natürlich ein bisschen rumtesten, wie er möchte. Aber im Moment hat sich der 2-2-Split wohl als am besten erwiesen. Dann haben wir noch Single-Target-Removal. Dreimal Fatal Push. Die Karte wird echt oft im Moment gespielt. Hat auch ihren Preis, aber sie ist es auch echt wert. Superstarke Single-Target-Removal. Dreimal hier im Deck. Ganz wichtig. Dann haben wir noch Fumigate. Wirkt auf den ersten Blick etwas fehl am Platz. Ist aber auch wieder wichtig gegen andere Aggro-Decks bzw. Burn-Decks. Wir haben zusätzlich einen Live-Gain. Wenn wir unsere eigenen Tokens damit wegschreddern, gibt es halt zusätzlich Lebenspunkte dazu. Und mit Anointed Procession und dem Hidden Stockpile haben wir einfach einen so guten Late-Game-Plan, dass wir uns zwischendrin einfach erlauben können, wichtige gegnerische Ressourcen damit zu zerstören. Der Gegner investiert vielleicht drei, vier richtige Handkarten als Kreatur. Und die zerstören wir dann. Und dann machen wir nach und nach einfach immer wieder neue Tokens. Wir brauchen einfach nur ein bisschen Zeit. Und Fumigate hilft uns einfach perfekt, diese Zeit zu bekommen. Und das macht dieses BW-Token-Stake, obwohl es recht preiswert ist, auch einfach super stark. Denn im Late-Game ist es echt schwer, dagegen anzukommen, wenn man eben nicht die Enchantments handeln kann. Und das können die Gegner eben echt selten. Deswegen super nice Steak. Fumigate auf jeden Fall viermal gesetzt. Dann, bevor wir zu den Ländern kommen, haben wir noch viermal Renegade-Map. Ist natürlich eine gute Möglichkeit, zum einen Revolt auszulösen auf unseren Stockpiles. Wir spielen insgesamt deswegen auch nicht so viele Länder, weil wir noch die Renegade-Maps spielen. Zusätzlich dünnen wir unser Deck auch noch leicht aus. Insgesamt eine sehr solide Karte. Und ich würde sagen, wir können direkt zu den Ländern weitergehen. Hier haben wir ein kleines Wüsten-Paket. Sehr gute Utility-Länder, wie ich finde. Zweimal Ifenir Deadlands. Auch nur wirklich zweimal, denn sie ist ein bisschen schlechter. Hat aber eingebautes Removal auf einem Land. Definitiv nicht zu unterschätzen. Und dann noch die Chef-Net-Junes, die natürlich in einem Token-Deck unglaublich gut sind. Vier Mana, wir opfern irgendeine Wüste. Wir können ja auch die Ifenir Deadlands einfach dafür opfern. Dann kriegen alle unsere Kreaturen plus eins, plus eins bis zum Ende des Zuges. Das können wir nur wie eine Sorcery machen. Das ist aber nicht so wichtig, denn super starker Effekt. Masken-Pump in Token-Decks ist immer eine sehr beliebte Möglichkeit, um den Gegner dann zu besiegen. Wir machen uns sieben, acht, neun Tokens. Ist ja auch nicht so wichtig, wie lange das dauert. Wir können lang genug überleben. Und dann geben wir unseren Tokens plus eins, plus eins, vielleicht sogar plus zwei, plus zwei. Und greifen dann den Gegner einfach an. Sehr starke Kombinationen. Und eben noch so ein bisschen Finisher-Potenzial auf Ländern. Richtig gut. Sowas gefällt mir immer besonders gut. Dann haben wir noch viermal Concealed Curthyard und viermal Evolving Wilds. Das glaube ich muss ich nicht super viel zu sagen. Im Standardformat sind das im Moment die besten Länder, um eben Color zu fixen. in Schwarz-Weiß. Mehr kann ich glaube ich nicht dazu sagen. Ist relativ einfach, denke ich. Und der Rest wird ganz normal mit Standardländern aufgefüllt. Ja, das war es für diesen BW-Token-Stack-Check. Ich finde das Deck echt gut. Könnt ihr ja gerne mal ausprobieren. Definitiv ein schönes Late-Game-Deck, wenn man mal nicht Control spielen will, sondern hier so ein bisschen ein etwas anderes Deck in der Schwarz-Weiß-Kombination. Ja, das war es von mir für diesen Deck-Check. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.